Willkommen zu einem neuen Video und heute gehen wir wieder auf She-Argou tatsächlich, auf Bala Bala, der neue Song von ihm. Er wurde anscheinend geleakt, ohne Brille, ich habe das Bild gesehen. Ist das jetzt wirklich real so? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es auch das Fundname vom Song auf YouTube hier. Ist es real? Ich weiß es nicht. Ja, neuer Song von ihm. Bin gespannt was kommt. Letztes Mal gab es so einen Rage Song. Müsste der letzte Song von ihm gewesen sein. Den fand ich super, super cool wirklich. Mal gucken was jetzt kommt. Der Titel ist sehr vielversprechend. Wir gehen rein, let's go. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. gerade Kim Kardashian, holy shit. Was ist das für ein Musikvideo schon wieder? Und auch der Song. Das ist eine absolute das ist eine absolute Zischose wieder, holy shit. Das ist wirklich wieder eine absolute Zischose. Thiago halt, ne? Digga! Alter, Otto! Wunder, was war der noch, oder? Ja, safe. Ja, ich rappe darüber, was in meinem Leben passiert, treffe eine Granate und Becky, die meine Nägel lockiert Sie sagt mir, komm, wir gehen von hier weil der Backstage-Arsch ist wie ich später... Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ne? Holy shit, das ist, äh... Ist uns cool. Muss man schon sagen. Also das ist auf jeden Fall sehr kreativ, auch hier im Musikvideo alles, ne? Das Schlechteste ist es auf jeden Fall nicht. Das ist aber auch so ein richtiges Ohrwurm-Ding, dieser Hook, ne? Das muss man echt sagen. Ich bin Baller, Baller Komplett Gaga Parisian im Mund Ich bin ein toller Macker Ich bin Baller, Baller Komplett Gaga Juha! Ja... ...Digga! Ach du Scheiße! Ich bin gerade echt verwirrt wie man glaub ich merkt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Ich bin gerade echt verwirrt Ach du Scheiße Alter Junge, bin verwirrt, war schon sehr, war sehr unterhaltsam, muss man schon echt sagen, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniere nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.